...denken, dass sie durch Unabhängigkeit, durch eine gewisse Freiheit haben und natürlich Unabhängigkeit eine gewisse Einsamkeit mit sich bringt und aus dieser Einsamkeit heraus kommen die Leute und treffen sich auch nicht. Das ist ja auch nur eine Reflexion vom restlichen Leben und das restliche Leben besteht ja auch nicht nur aus Glück oder aus fantastischen Momenten, sondern man ist ja hier drin und sich eben auch konfrontiert mit seinen eigenen Schwächen und aber das macht es ja spannend, und das ist ja genau der Teil des Ganzen, wie ich jetzt mal eben gesagt habe. Die körperlose Art zu weisen oder sich zu bewegen, wie imaginär oder wie auch immer, die faszinierendste Form von Kunst für mich war auch aufgrund dessen, dass sie nicht greifbar ist. Ich weiß auch gar nicht, wo das aufhört. Ich habe nicht gesehen, als dasselbe sehe ich mich. Wow. 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 Wow.